Die Post besuchen Die Post besuchen Die Post besuchen Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Paket verschicken. Ich möchte ein Paket verschicken. Ich möchte ein Paket verschicken. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Haben Sie Briefmarken? Haben Sie Briefmarken? Ich brauche ein Einschreiben. Ich brauche ein Einschreiben. Kann ich hier ein Paket abholen? Kann ich hier ein Paket abholen? Kann ich hier ein Paket abholen? Wie lange dauert der Verwand? 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 Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Können Sie das für mich ausfühlen? Können Sie das für mich ausfühlen? Können Sie das für mich ausfühlen? Er ist meine Adresse. Ich brauche ein Formular. Ich brauche ein Formular. Die Post besuchen. Die Post besuchen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Paket verschicken. Ich möchte ein Paket verschicken. Ich möchte ein Paket verschicken. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Haben Sie Briefmarken? Haben Sie Briefmarken? Ich brauche ein Einschreiben. Ich brauche ein Einschreiben. Kann ich hier ein Paket abholen? Kann ich hier ein Paket abholen? Wie lange dauert der Vergrant? Wie lange dauert der Vergrant? Wie lange dauert der Vergrant? Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Können Sie das für mich ausfühlen? 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 Ich brauche ein Formular. Die Post besuchen. Die Post besuchen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Paket verschicken. Ich möchte ein Paket verschicken. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Haben Sie Briefmarken? Haben Sie Briefmarken? Ich brauche ein Einschreiben. Ich brauche ein Einschreiben. Kann ich hier ein Paket abholen? Kann ich hier ein Paket abholen? Wie lange dauert der Vergrant? Wie lange dauert der Vergrant? Wie lange dauert der Vergrant? Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Können Sie das für mich ausfühlen? Können Sie das für mich ausfühlen? Können Sie das für mich ausfühlen? Er ist meine Adresse. Er ist meine Adresse. Er ist meine Adresse. Ich brauche ein Formular. Ich brauche ein Formular. Ich brauche ein Formular. Ich brauche ein Dag. Ich brauche ein Regeln,